So, Herzlich Willkommen bei FIFA in meiner Manager Karriere. Ich habe wieder ein bisschen weiter gespielt. Der letzte Match wurde gegen Shelburne gewonnen. Leider haben wir auch noch etwas nicht so Gutes. Und zwar hat sich Maguire in einem Match verletzt. Und zwar für zwei Monate. Also der spielt in dieser Saison leider nicht mehr. Ja, und zwar ist das passiert. Ich glaube da am 31. beim 2 zu 0. Danach gab es eine Niederlage in der UEFA Gruppenphase. Und dann wieder ein Sieg. 5 zu 1. Jetzt haben wir den letzten Match in der Liga. Den wir ja auch schon gewonnen haben, die Meisterschaft. Dann gibt es noch das letzte Gruppenphasenspiel. Und noch Pokalspiel. Ja, und dann wäre diese Saison eigentlich fertig. Ah, hier ist noch das letzte. Dann müssen wir unbedingt noch gewinnen. Hier. Ja, würde ich mal sagen. Gehen wir rein in den letzten Liga Match. Ich würde mal sagen, wir machen wieder mit Simulieren. Das hat ja das letzte Mal ziemlich gut funktioniert. Ich hoffe natürlich heute auch wieder. Obwohl ich glaube, das League of Overs ist der bessere Klub, gegen die wir das letzte Mal gespielt haben. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Schauen wir mal. Da haben sie jetzt den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Da hat er durchaus Optionen. Ah. Ball ist wieder weg. Aus dem Studio gibt es Neuigkeiten für uns. Es gab einen Helfmeter im Parallelspiel. Es gab Strafstoß für die Gäste. Aber sie haben ihn nicht verwandelt. Der Torwart konnte den Ball abwehren. Der Ball war vielleicht ein Tick zu unpräzise. Es besteht also weiterhin 1 zu 0. Gespielt sind hier 15 Minuten. Vielen Dank für die Info. Jetzt ist gefährlich. Weiter diese Saison. Ja, come on. Jetzt. Jawoll. Oh nein. Wir haben den ersten Treffer. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sieht gefährlich aus. Jetzt könnte er flanken. Klasse Pass. Ganz energisch. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. So, weg mit dem Ball, Jungs. Vielleicht der Ausgleich. Das macht er gut. Er passt ihn auf den Flügel. Ball kommt rein. Da ist der Aufmerksamkeit vom Torwart. Und Ecke. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erst mal weg. Das ist schon ziemlich passiv, was sie da hinten machen. Oh, schon vorbei. Und jetzt geht's hier weiter. Da lasst du den Ball gut laufen. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Er blockt die Hereingabe ab. Ballverlust. Ganz energisch. Sie kämpfen um den Ball. Da ist Platz aus dem Flügel. Ja, geht gut dazwischen. Ja, könnte was werden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Die Chance jetzt. Wenn der reingeht, ist die Luft schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung. Und Ballverlust. Könnte in Konter geben. Schöne Zuspiel. Gefährlich. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Wenn sie hier immer verwenden. Ja, das Ensinn macht. Vachung wieder. Ich bin jetzt noch gar nicht. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimannschaft. Da kommt der Pass auf Außen. Kann er was draus machen. Er holt den Ball hier ganz stark. Da verlieren sie den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Ja, abseits, richtig. Oh, gerade zahben wollen. Knapp. Wenn sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen sie nun reagieren. Das tut der Trainer. Ein Neumann. Ja, dann werden wir auch noch ein bisschen frischen Wind rein. Sie werden hier wechseln. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber jetzt ist der Platz da. Die Riesenchance ist nicht drin. Bushi, nicht drin. Also ich glaube, das versteht er selbst nicht. Nein, das verstehe ich selber nicht. Scheisse. Mann. Der muss sitzen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Ja, Kacke. Tick zu lang. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Ganz eke Kiste hier. Es ist nur ein Tor. Und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Nur noch wenige Minuten. Und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Geht dazwischen und hat den Ball. Too long. Und es geht mit Abstoss weiter. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Viel hat bei dem Versuch nicht gefehlt. Das wäre die Entscheidung gewesen. Das wäre ein Torhüter gewesen. Nein. Simon. John Vitek. Wieso? Mann. Das rächt sich noch. Das rächt sich noch. Gut. Gewonnen ist gewonnen. Knapper Sieg am Ende und damit werden sie zufrieden. So, na gut, highlights gibt es eigentlich keine. Jetzt ist der Platz da. Oluva, zweimal die Chance. Mittelfeld war top. Interview vielleicht, vielleicht auch nicht. So, es lief mal wieder Musik im Hintergrund. Darum habt ihr das Interview nicht gesehen. Turnierpreisgeld, wow. Okay, unter 10.000. Immerhin wieder hier etwas geschafft. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bye, bye.